Haben Sie sich schon mal gefragt, warum unser ganzes Geld nach Griechenland geht? Und die AfD so bescheuert ist, eine Schauspieler auf eine Brücke zu stellen, um irgendwelchen populistischen Blödsinn abzulassen? Wir haben leider niemanden gefunden, der freiwillig so einen Stuss in eine Kamera labert. Darum mussten wir Schauspieler engagieren. Haben Sie sich eigentlich schon mal gefragt, warum Menschen sich für so ein Schmierentheater wie diesen Wahlwerbesport hergeben? Wir sind Schauspieler. Ob wir nun eine Leiche im Tatort spielen oder einen AfD-Anhänger, wo ist denn da der Unterschied? Wir zahlen den Schauspielern 300 Euro für ihren Auftritt in unserem Wahlwerbespot. Entschuldigung, wir meinen natürlich 600 D-Mark. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum eine moderne Frau vor einem modernen Bürogebäude die rückständigen Ansichten der AfD teilen sollte? Wir möchten eben gerne liberal und modern rüberkommen. Dafür ist uns auch kein Taschenspielertrick zu billig. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum Ihnen ein falscher Arzt mit Migrationshintergrund den Unterschied zwischen guten und schlechten Ausländern erklärt? Wir würden nie offen gegen Ausländer wettern. Das lassen wir lieber von einem Ausländer machen. Mut zur Wahrheit haben wir nicht. Geben Sie Deutschland eine Alternative zur Alternative für Deutschland. Ach ja, extra 3 bezahlt mich natürlich auch für diesen Auftritt. Und übrigens, extra 3 ist echt die beste Sendung der Welt. Ganz, ganz toll. War ich gut so? Ja, prima. Okay.